Herzlich Willkommen zu diesem Video. Wir haben hier einen Produktvergleich angestellt mit den besten Produkten, beginnend von Platz 3 bis hin zu Platz 1. Es lohnt sich also das Video bis zum Ende anzuschauen. Die aktuellen Angebote mit den besten Preisen haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, also unter diesem Video. Unser Redaktionsteam hat eine große Auswahl an aktuellen Bestsellerprodukten und Neuerscheinungen durchleuchtet, von größeren Herstellern, aber auch von kleineren Anbietern und so die besten Produkte in einem übersichtlichen Vergleich zusammengestellt. Viel Spaß damit. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Erstlingsausstattung und oft die erste große Investition. Nicht ohne Grund denken die meisten wernenden Eltern bei der Anschaffung für ihr Kind an ihn. Die Rede ist natürlich von einem Kinderwagen. Ähnlich wie bei einem Autokauf wollen sich beide Elternteile bei diesem Thema einbringen. Nicht nur Design, Funktionalität und Sicherheit, sondern auch Ausstattung und Zubehör spielen eine erhebliche Rolle bei der Wahl des passenden Kinderwagens. Dabei sollte die Entscheidung nicht überstürzt werden. Außerdem haben Kinderwagen eine Menge an Vorteilen. So können sie zum einen mit ihrem Kind spazieren gehen. Die frische Luft ist nicht nur gut für das Kind, sondern auch für die Entwicklung. Im heutigen Video geht es daher um den Leichtkinderwagen von Sonarin. Schon von Geburt an finden die Kleinsprösslinge in diesem leichten Kinderwagen und Reisebudgie des Herstellers Sonarin Platz. Dabei ist das Körpergewicht von 15 kg allerdings keinesfalls zu überschreiten. Das Gestell besteht aus einem stabilen Aluminiumlegierung. Zusätzlich kommt ein 5-Punkt-Sitzgurt mit dazu. Somit erhält das Kind jederzeit sicheren Halt. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich der Artikel in einen normalen Kinderwagen mit Schlafkorb umfunktionieren, damit die Kleinen innerhalb weniger Minuten schlafen können. Als Bonus gibt es eine Aufbewahrungstasche mit dazu, die im unteren Bereich sitzt. Hier finden Gegenstände wie Getränkeflasche, Tücher und Co. Platz. Stabile Aluminiumlegierung hält größeren Belastungsstand. Aufbewahrungstasche zur Unterbringung diverser Gegenstände einfach mit einer Hand zusammenklappbar in 8 verschiedenen Farben erhältlich. Mit integrierter Liegefunktion. Die Bewertungen des Kinderwagens fallen bei diesem Artikel relativ gut aus. So wird die gute Qualität, Stabilität, Leichtigkeit und das schöne Design stets in den Vordergrund gestellt. Die negativen Rezessionen beziehen sich auf die Tatsache, dass der Kinderwagen von Sonarin bei Kindern, die sich schon im dritten oder vierten Lebensjahr befinden, unbequem ist.